Du musst dir alles geben Du musst dir alles geben 160 165 170 180 In Ordnung, Michel, wir an der Box sind bereit Du kannst den Magna Stabilizer jetzt aktivieren, mein Junge Verstanden, Papst, dann wollen wir mal Hoffentlich geht nichts schief, im Handy ist es mein Sohn, der da draußen volles Risiko fährt Auf mich ist doch immer verlassbar Das weiß ich doch, Quincy Der Magna Stabilizer ist aktiviert Es funktioniert, das funktioniert Das Magnetfeld des Shadowjets räumt sich nach der Stahlleitplanke Ich vermindere die Geschwindigkeit und halte an Es hat funktioniert Die Elektromagneten, die du in Michels Wagen installiert hast, stabilisieren ihn bei Höchstgeschwindigkeit und vermindern das Unfallrisiko enorm Ja, natürlich Ich glaube, das Experiment war auf ganzer Linie ein Erfolg Ein Erfolg? Das ist die Erfindung Bist du dir im Klaren darüber, was deine Magneten für die Sicherheit bei Autorennen bedeuten? Frank hat ganz recht, Quincy Wenn deine Erfindung in alle Rennwagen eingebaut wird, werden dadurch zukünftig Verletzungen bei potenziellen Unfällen auf ein absolutes Minimum reduziert Das klingt recht vielversprechend, aber wir müssen mit Sicherheit noch eine ganze Reihe von Tests durchführen, ehe wir die Magneten seienmäßig einbauen können Mag sein, dass du die Öffentlichkeit noch nicht unterrichten willst, Quincy Aber ich bestehe darauf, dass die Magnete so schnell wie möglich in alle Vaillant-Wagen eingebaut werden Und natürlich auch in die des Vaillant-Stuntings Für die wohlwollenden Worte des Vertrauens bedanke ich mich herzlichst Hallo Herzlich Willkommen beim Leader-Team, Myra Ich danke dir gut Die Qualität und das Aussehen der Rennwagen haben sich gewaltig verändert, seit ich euch verlassen habe Du hättest damals eine der besten Fahrerinnen werden können Ja, das stimmt wohl Lassen wir das, ich möchte meine Tochter sehen Steig ein Wie macht sich Catherine denn? Besser als wir es uns alle jemals erhofft haben, deswegen wollte ich auch, dass du herkommst Wir können endlich den Plan durchführen, Myra Sie ist eine ausgezeichnete Fahrerin, was sie in den letzten zehn Monaten gelernt hat, erstaunt mich selbst Was hast du denn erwartet? Sie ist sozusagen mit Rennwagen aufgewachsen, wo immer ich war, Catherine war bei mir So war es auch bei dem alten Vaillant und seinem Sohn Michel Wir sind uns in vielen Dingen sehr ähnlich Natürlich, nur bist du im Gegensatz zu Henri Vaillant damals nur kleinere Hör auf! Richtig? Wir beide wissen doch genau, dass Henri Vaillant der Grund dafür war, weshalb ich damals aus dem Grand Prix Zirkus ausgestiegen bin Ich will nicht mehr darüber reden, verstanden? Deine Tochter hat hart an sich gearbeitet Sie wird dem jungen Vaillant den Titel abjagen und dir damit zu deiner Revanche verhelfen, Myra Es ist so weit, der Shadow Sprinter fährt seinem Sieg beim Glendorian-Rennen entgegen Wir sind nicht die einzigen, die bei dem Rennen starten werden Du sprichst ein wahres Wort gelassen aus, Michel Glendorian ist eine gefährliche Strecke, besonders die Unterführung beunruhigt mich, Jungs Nicht beunruhigt auch immer etwas Diese Unterführung ist 100 Yards lang, Michel Das sind 100 Yards, die von der Streckenkontrolle nicht eingesehen werden können Und das weiß der Leader auch Mach dir doch deswegen keine Sorgen, wir passen schon auf, Paps Catherine ist ein echtes Naturtalent Gib dir noch ein Jahr, dann können wir auf Kramer als Fahrer verzichten Das ist es, was mir schlaflose Nächte bereitet Ich hoffe nur, wir überfordern meine Tochter nicht Seid ihr wirklich der Meinung, sie ist schon so weit, um gegen Michel Vaillant anzutreten? Sie war meine Schülerin, was soll diese Frage? Pass auf! Kramer, du nimmst jetzt einen von unseren Wagen und versuchst damit zu fahren, wie Michel Vaillant Ach, dann hab ich die Chance vielleicht auch mal zu gewinnen Wenigstens einmal Da wäre ich mir nicht so sicher Catherine, du fährst jetzt gegen Kramer, zeig ihm, was du kannst, Mädchen Pass auf, ich höre Okay, ich möchte jetzt, dass du Kramer in der nächsten Kurve überholst Alles klar Geh leid, Kramer Du solltest wirklich ein bisschen mehr trainieren, wenn du es mit mir aufnehmen willst Okay, Kramer, versuch jetzt, Catherine in der nächsten Geraden zu überholen Mit dem allergrößten Vergnügen Glaubst du, dass sie Kramer schlagen kann? Das werden wir ja sehen Geh Gas, Catherine Sie ist gut, sie ist wirklich sehr gut Warte ab, bis du sie gegen Michel Vaillant fahren siehst Du wirst erstaunt sein, wie das Rennen ausgeht Du wirst mehr als überrascht sein, meine Liebe Catherine, es reicht, komm bitte an die Box, sie ist Besuch für dich Deine Mutter ist hier bei mir Mutter ist hier? Catherine Mutter, du bist hier? Ich kann's noch gar nicht glauben Ich hab dich wahnsinnig vermisst, ich freue mich so, dich zu sehen Ich hab dich auch vermisst, mein Liebling Ruth ist sehr hilfreich gewesen, sie hat mir unheimlich viel beigebracht Du warst eine fabelhafte Schülerin War? Willst du damit sagen, dass du mich nicht weiter unterrichten willst? Du hast ausgelernt Ich hab mit dem Leader gesprochen und wir sind der Meinung, du kannst jetzt das erste große Rennen für das Leader-Team fahren Du wirst bereits morgen für uns beim Glendorian-Rennen an den Start gehen Oh, hast du das gehört? Mutter, das ist die Chance, auf die wir so lange gewartet haben Ich werde gegen Michel Vaillant gewinnen und ihn und seinen Vater wie zwei Trottel aussehen lassen Ich bin überzeugt, das wird dir gelingen, mein Kind Darauf kannst du dich verlassen und ich werde dich rächen Und ich werde nichts von dem vergessen, was du mir beigebracht hast Das ist sehr gut, Catherine Du hast das Zeug, Michel Vaillant zu besiegen Und ich bin fest davon überzeugt, du wirst es diesem großen Maul ein für alle Mal zeigen Henri Vaillant wird für alles bezahlen, was er meiner Mutter angetan hat Das ist genau, was wir wollen, Catherine Gerechtigkeit und Wiedergutmachung für deine Mutter Ich hätte eine Sonnenbrille aufsetzen sollen Das Licht ist ja brutal, wenn man aus der Unterführung wieder herausfährt Aber jetzt auf der Geraden wird Gas gegeben Ich bin froh, dass du Quincy überredet hast, den Magnus Civilizer in unsere Wagen einzubauen Wir fahren ein fabelhaftes Rennenscheibbier Bis jetzt ist nur Steve auf der Piste Ja, und er ist richtig gut drauf Wenn er weiter so einen heißen Reifen fährt, trete ich noch in seinen Fanclub ein Hey, dann hat er ja schon zwei Mitglieder Das wird ihn bestimmt sehr glücklich machen, Michel Wieso denn zwei? Ach, das zweite Mitglied bist wohl du Ich gründe auch für dich einen Club Ach, lass es lieber bleiben Ich werde jetzt mal ins Geschehen eingreifen Du fährst so, als drehst du nur ein paar Trainingsrunden Bis jetzt liegst du an vorletzter Stelle Was ist los, hm? Du kennst diese Unterführung nicht Es ist stockdunkel da drin und man verliert die Orientierung, wenn man da wieder rausfährt Das passt zu dir, Fox Du hast Angst vor Dunkelheit, lächerlich Hm, soll das heißen, dass ich diejenige bin, die den Bayons das Fürchten beibringen soll? Ach, du wirst es schon schaffen, Kind Dein Timing ist exzellent, Catherine Michel Vaillant ist gerade eben ins Rennen eingestiegen Dem werd ich's zeigen Langsam, langsam, immer mit der Ruhe Vergiss nicht, was ich dir immer gesagt habe Man gewinnt ein Rennen mit dem Kopf, nicht mit dem Herz Das wird das Rennen, das das Vaillant-Team nie vergessen wird Michel Vaillant ist ein Profi Einer der besten Profis Wenn du gegen ihn erfolgreich sein willst, musst du kaltblütig sein Sonst siehst du blass aus Du willst doch genug Tuung für deine Mutter, oder hast du das etwa vergessen? Nein, natürlich nicht, aber eigentlich solltest du da draußen gegen Vaillant antreten, Mutter, und nicht ich Ich bin inzwischen viel zu alt dafür, mein Kind Aber du könntest heute zu den Großen im Grand Prix-Zirkus zählen, wenn der alte Vaillant das nicht verhindert hätte Er konnte nicht zulassen, dass sie vielleicht besser geworden wäre als ihr Sie war besser als ihr Meine Mutter war die beste Fahrerin, die es je gegeben hat Vaillant konnte das nicht ertragen, weil er nicht zulassen wollte, dass eine Frau besser war als ihr Ich fahre dieses Rennen, um ihm das alles heimzuzahlen, Mutter Ich werde ihm und seinem arroganten Sohn zeigen, wozu Frauen fähig sind Ich hoffe nur, du hast sie gut auf dieses Rennen vorbereitet Der einzige Weg, Henri Vaillant zu demütigen, ist hart und steinig, aber wir sind ihn gegangen Du wirst stolz auf mich sein, Mutter Wer fährt eigentlich den Wagen des Leader-Teams? Der ist auch immer sein Marke, er ist gut Ja, und ohne den geringsten Funken von Angst Hallo, wer ist denn das? Sieht fast so aus, als hätte das Leader-Team einen neuen Fahrer eingestellt, was eben wie flexibel er ist Jetzt werde ich denen mal zeigen, was eine Hake ist Der muss verrückt sein, denn an der solchen Kurve zu überholen Michel, bist du in Ordnung? Du hättest dich bei einer überschlagen Ich bin okay, aber dieser neue Fahrer vom Leader-Team sollte besser mal eine Lektion in Fairness nehmen Hat er etwa die Rennlizenz im Lotto gewonnen? Äug dich ab, Frank, immer mit der Ruhe Niemand fährt absichtlich gegen die Leitplanke, das ist ganz sicher ein Versehen gewesen Das war mehr als knapp, Ruth Es ist wirklich frappierend, wie kaltblütig Catherine fährt Das war ein echtes Meisterstück von der Kleinen Das hast du einfach großartig gemacht Ja, aber mir schien, ich habe die Kurve etwas zu schnell genommen Das würde ich nicht sagen, vielleicht bist du nur noch ein bisschen zu nervös gewesen Du wirst sehen, morgen geht es schon viel besser Ja, sicher Darf man einen kleinen Besuch abstatten? Was wollen Sie hier, Vaillant? Ich möchte Ihren neuen Fahrer kennenlernen und ihn fragen, aus welchem Grund er mich in der Kurve attackiert hat Ich gehöre zwar zu Ihrem Konkurrenzteam, aber es wäre mir unangenehm, wenn einer von Ihnen zu Schaden kommen würde Sind Sie überrascht, dass ich eine Frau bin? Ich brauche Ihr Mitgefühl nicht Hoffentlich werden Sie damit fertig zu wissen, dass morgen eine Frau gegen Sie antritt und Sie besiegen wird, Monsieur Vaillant Sie haben völlig recht, ich bin sehr überrascht Noch mehr überrascht mich allerdings, dass eine so hübsche Frau solche eiskalten Äußerungen macht Bis dann Viel Glück, Mademoiselle Das ist also der sprichwörtliche Vaillant-Charme Dieser Typ wird allerdings ein bisschen mehr als Charme brauchen, um morgen das Rennen zu gewinnen Das steht auf alle Fälle fest Schön zu hören, Kleines Wo habe ich dieses Gesicht bloß schon mal gesehen? Wenn ich mich doch nur erinnern könnte, wo das war Catherine ist geradezu vernarrt in diesem Wagen, es ist doch jammerschade, dass sie ihn morgen zum letzten Mal fahren wird Wenn ich morgen diese kleine ferngesteuerte Sprengladung zünde, wird die Lenkung leider versagen Wie tragisch, dass das ausgerechnet passieren wird Wenn sie mit Michelle Bayonne auf gleicher Höhe ist, dadurch werden sie gemeinsam in den Rennfahrerhimmel entschweben Schade, dass sie beide noch so jung waren, Friede ihrer Asche Erzähl schon, Steve, wie sieht es draußen auf der Strecke aus? Teamleaders neuer Fahrer klebt ständig an Michelle dran Den Eindruck habe ich auch Der hat einen Narren an ihm gefressen Aber mir scheint eher, er wurde vom Teamleader auf Michelle angesetzt Ruth hatte recht, Michelle ist echt gut Aber selbst er kann nicht durch einen anderen Wagen hindurch fahren Dann wollen wir mal Mich überholst du nicht, Bayonne Du musst nicht die Kontrolle über den Wagen verlieren Das geht zu weit, ich verabscheue die Art, wie du Rennen fahren lässt Sie fährt unfair und lebensgefährlich Halt dich da gefälligst raus und quatsch mich nicht voll, Myra Sie ist meine Tochter Deine Tochter? Du benutzt sie doch nur, um deine kleinliche Rache an dem alten Bayonne zu bekommen Du willst nur, dass sie gewinnt Und jetzt verschwinde und lass mich arbeiten Ich benutze sie für meine Rache an, Henri Ja, Ruth hat recht Was habe ich nur angeprichtet? Ich muss das schnellstens beenden Was treibt diese Ruth denn da? Sieht so aus, als wolle sie irgendwas fernsteuern Ja sicher, sie will mich schön aus dem Weg räumen Und Catherine wahrscheinlich gleich mit Fremde haben keinen Zutritt zu den Boxen des Leader-Teams Sie müssen meine Tochter zurückrufen Ich will mich nicht wiederholen, Ma'am Verschwinden Sie Oh, Rick Ich bin es, Myra Nelson Erinnerst du dich noch an mich? Myra, ja natürlich erinnere ich mich an dich Aber was machst du hier in Glendorian? Ich habe jetzt keine Zeit, irgendwas zu erklären Es geht Entsetzliches vor Wir müssen versuchen, meine Tochter zu retten Ihre Tochter fährt da draußen mit? Ruth versucht, einen Unfall zu inszenieren In den auch dein Sohn verwickelt sein wird Sie steht mit einer Fernzündung Vorne bei den Leader-Boxen Direkt an der Strecke Michelle, hey! Ja, Papst, was geht's? Ist was passiert? Ruth hat irgendetwas vor Du musst die neue Fahrerin vom Leader-Team Sofort warnen Schnell! Quint sie das Die wird im Magnetstabilizer Michelle Zieh den Wagen an dich ran Und dann nichts wie runter von der Strecke Heil dich, Michelle Ich habe nicht mehr viel Zeit Großartig, rück ihm noch ein bisschen mehr auf die Pelle Kleine Catherine Sobald du mit ihm auf gleicher Höhe bist Werde ich dich für immer mit ihm vereinen Sie überholt dich, Michelle Ihr seid fast auf gleicher Höhe Der Magnetstabilizer ist aktiviert Hey, was soll denn das? Machen Sie, dass Sie aus Ihrem Wagen rauskommen Sagen Sie mir gefälligst nicht, was ich zu tun habe Dann keine Zeit zum Diskutieren Wo sind Sie hin? Ich fürchte, da ist wieder etwas schiefgelaufen Was war denn das? Wer wollte mich denn da in die Luft jagen? Ihnen ist wohl noch nicht klar, wozu Ruth tatsächlich fähig ist Aber ich hoffe, dass Sie es jetzt begriffen haben, Mademoiselle Ach, Henri, ich schäme mich ja so Du hast das Rennen verloren, um meiner Tochter das Leben zu ritten Warum war ich so blind? Du bist nicht die Einzige, die blind war Ich habe damals, als du für mich gearbeitet hast, leider nicht sehen wollen Welche Fähigkeiten in dir stecken Hörst du das, Mutter? Er gibt es zu Die Dinge lagen damals etwas anders, Catherine Damals war ich der Meinung, es wäre für Frauen viel zu gefährlich, Autorennen zu fahren Ich will damit nicht beschönigen, wie ich mich verhalten habe Ich will nur erklären, warum ich mich so entschieden hatte, Myra Aber die Zeiten haben sich geändert Und ich kann mit Stolz sagen, dass Julie zu meinen besten Fahrern zählt Und sie ist eine Frau Vielleicht ist es für dich heute zu spät, noch Rennen zu fahren Aber die Voyants würden sich sehr freuen, wenn sie dich als Beraterin gewinnen könnten, Myra Danke Aber ich habe bereits einen Full-Time-Job vor mir Ich muss meiner Tochter all das wieder abgewöhnen, was Ruth dir in zehn Monaten beigebracht hat Bezüglich des Rennsports und in Bezug auf das Leben Sie ist wirklich eine fabelhafte Rennfahrer Und wenn du glaubst, dass du es vertreten kannst, dann schick sie zu uns Ich verspreche dir, ich werde denselben Fehler nicht ein zweites Mal machen Ich bin glücklich, dass das alles noch ein gutes Ende gefunden hat Tja, Ende gut, alles gut, wie im Märchen